Es geht wieder los mit Funkspiele. Ja, zehn Monate ist es her, dass wir ein letztes Tischspiel bestätigen haben. Heute nun wollen wir es ein weiteres Mal verbruchen. Ich darf dazu ganz herzlich unsere Gäste stellen, es geht auf die Zierer bei uns. Vielen Dank. Lass es trinken! Ja! 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 Der 20. Spielmitte 1 zu 0 Wurz am SV Leipzig! Der Schützer, nebenbei des neuen Schieter! Ja! 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 Das war der erste Test von Chipser Star Karl-Walter. 63. Spielminute, 3 zu 0 für den SVW und der weiterer Vorschützer Nimmernummern, Martin Schieffler. Klasse! Spielminute, 6 zu 0 für den SVW-Vorschützer. 2, scalesine. Let's go! Das war es. Das 74. Spielminute, 1 zu 4 und die wichtigste T時間ierra, das 1 zu 4, Torstüter Nimmernummern, Jan Bobuc. Gäste schießen in der 83. Stunde das zweite Tor. Tor-Schütze mit Wurzeln, Fabio Auerung. Das war der Vierte im ersten Punktspiel der neuen Saison mit einem 4 zu 2 Heimsieg. Stopp ist unsere Mannschaft erfolgreich. Ich darf Ihnen noch ein angenehmes Wochenende wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.